Herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer Praxisserie. Das ist ein ganz profanes Beispiel, wo man aber auch bei simplen Baustellen sehen kann, wie schön oder wie effizient so ein Einsatz von einem FlexiJet 3D-Messgerät ist. Die Aufgabenstellung war simpel. Es war eine Hauswand mit einer Eingangstür, wo ein Vordach drüber sollte. An die Hauswand angrenzend war eine gerundete Wand und gegenüber war ein weiterer Gebäudeteil, der eingemessen werden musste. Das heißt, die hatten am Anfang versucht natürlich mit einem Aufmaßblatt und einem Handlaser die Sache einzumessen, scheiterten aber logischerweise an der Rundung der Wand. Danach waren sie mit drei Wand beschäftigt, auf über zwei Metern Höhe Schablonen zu machen, um die Rundung der Wand abzunehmen. Das hat auch nicht geklappt. Danach haben sie bei einem Kollegen von uns aus Stuttgart angerufen, dem Herrn Schwegler, der ist hingefahren und hatte in extrem kurzer Zeit einfach die Wände, die Winkel der Wände zueinander, sowie die Rundung der Wand in der Polylinie eingemessen und konnte ganz normal eine DXF-Datei an den Kunden senden, die danach als Planungsgrundlage in Highcup benutzt wurde, um das Vordach mit den Winkeln an die gerundete Wand und ans Haus anzupassen. Simpel, alltäglich und effizient. Falls Sie noch mehr Praxisbeispiele oder weitere Videos sehen wollen, abonnieren Sie uns doch bitte auf YouTube, folgen uns auf Facebook oder besuchen unsere Webseite. Die Links hierzu finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank.